Bis zum 20.09. hast du die Wahl. Wähle deine Mitarbeitervertretung in unserem Unternehmen. Wenn dir eine zeitnahe Problemlösung gelegen ist, die deinen Arbeitsplatz betreffen oder du dir Veränderungen in deinem Arbeitsumfeld wünschst und dir ein sozial engagiertes Unternehmen wichtig ist, dann gebe mir die Stimme. Dann wähle Liste 1. Bis zum nächsten Mal.